Hallo zusammen, ich möchte heute mal über ein Thema reden, das heißt too big to feel, also zu groß um zu fühlen. Das leitet sich ab von dem, was bestimmt viele schon mal gehört haben, too big to fail, also zu groß um zu scheitern. Das benutzt man oft in der Wirtschaft bei großen Unternehmen, die viele Mitarbeiter haben, die einen wichtigen Wirtschaftszweig besetzen, die einfach zu groß sind, um sie scheitern zu lassen, um sie pleite gehen zu lassen, die man dann rettet mit Steuergeldern etc. pp., um diese Arbeitsplätze oder eben diesen Wirtschaftszweig zu schützen. Daraus abgeleitet, too big to feel, was bedeutet das? Zu groß werden, um zu fühlen. Das bezieht sich jetzt auch auf Unternehmen tatsächlich oder gemeinnützige Organisationen. Und wenn diese zu groß werden, dann haben die ein Problem, die menschliche Ressource richtig einzusetzen und richtig zu behandeln. Denn der Mensch spielt in all diesen Bereichen eine elementare Rolle. Und wenn man den Mensch außen vor lässt und das zu sehr maschinell sieht, zu strukturiert macht, zu viele Regeln, Vorgaben erlässt, die nicht auf menschliche Eigenschaften, Empathie, auf diese soziale Komponente abgestimmt sind, dann führt das zu großen, großen Problemen. Und in gewissen Unternehmen oder Organisationen mehr als in anderen. Und ich möchte das mal ein bisschen darstellen anhand von einem kleinen Schaubild. Also wir haben einmal hier die Aktienunternehmen, schreibe ich einfach mal hin. Also was gibt es für Aktienunternehmen? SAP, Google und so weiter. Also große Aktienunternehmen, die einfach hier unten den Aktionären verpflichtet sind und natürlich auch ihren Kunden. Also Einfluss auf die Entscheidungen des Unternehmens und wie ein Unternehmen sich aufstellt, wie es die Mitarbeiter behandelt. Also hier ist die Führungsetage und dann sind die hier die Mitarbeiter. Wie also das Unternehmen die Mitarbeiter behandelt, hat im Prinzip zu tun damit, was die Aktionäre und die Kunden möchten. Da diese Unternehmen so groß sind, dass sie einen Ruf zu verteidigen haben und da sie den Kunden immer besten Kundenservice, beste Produkte bieten wollen und vor allem den Aktionären eine gute Dividende, also die Aktionäre erwarten vom Unternehmen, dass hier Gewinner wirtschaftet wird, denen ist relativ egal, was diese Mitarbeiter hier, wie das mit denen aussieht, wie mit denen umgegangen wird. Und ab einer gewissen Größe geht dieses System an den Mitarbeiter, also das ist mal hier die Führungsetage, irgendwann geht das an den Mitarbeitern vorbei. Das ist hier ein Kreislauf, der hier quasi einen Bereich ausschließt und diese Mitarbeiter werden immer mehr Vorgaben ausgesetzt und es wird immer restriktiver gehandelt. Es gibt gewisse Unternehmen, die haben bereits so eine Größe erreicht und so einen Gewinn und so einen Puffer aufgebaut, dass sie wieder diese Mitarbeiter mit einbinden. Man sieht es ja an diesen Work-Life-Balance-Strategien, die die Unternehmen jetzt langsam reinbringen, Fitnessstudios, Ruheräume, das kennt man vor allem von so Dokumentationen von diesem Google Campus im Silicon Valley, dass hier auch wirklich, da gibt es dann Rutschen, die runterfahren, dass die Mitarbeiter sich sehr viel frei einteilen können. Das ist aber nur ab einer gewissen Größe vorhanden. In den ganzen Bereichen darunter gibt es sehr große Probleme, weil Firmen werden aufgekauft, also die sind nicht mehr im Familienbesitz, die können also jederzeit von Aktionären, von großen anderen Unternehmen aufgekauft werden und die werden sozusagen nur benutzt als Produkt, um Gewinn zu maximieren. Und das ist das große Problem und oft bleiben dann die Mitarbeiter auf der Strecke. Diese Unternehmen werden also too big to feel. Das ist bei Unternehmen, die technische Produkte anbieten, sagen wir mal auch SAP, die einfach eine Software anbietet, ein Problem, aber kein riesiges Problem. Denn diese Unternehmen, die haben ganz klare Vorgaben, pass mal auf, wir erwarten von dir als Informatiker zum Beispiel, dass du diese und diese Programmiersprache beherrschst und diese Arbeitsbereiche bei uns im Unternehmen ausfüllst und dass am Ende eben ein Produkt rauskommt, das den Kunden gefällt und das gefällt wiederum den Aktionären, weil wenn die Kunden kaufen, dann gibt es Gewinn und Dividende. Wenn der Mitarbeiter das nicht hinbekommt, ja, und das ist auch nachprüfbar, man kann ganz genau nachprüfen, hat dieser Mitarbeiter denn die Qualifikation, hat er diese Aufgabe gut gelöst, dann kann man sehen, ob das Produkt gut oder schlecht ist, ja, gut oder schlecht. Und dementsprechend kann man natürlich auch sagen, pass mal auf, du als Mitarbeiter, das Produkt ist nicht gut, unsere Kunden kaufen das nicht mehr, dadurch macht unser Unternehmen keinen Gewinn, dadurch können wir uns nicht mehr auf dem Markt quasi halten und dadurch haben wir jetzt ein Problem, deswegen musst du leider jetzt noch mit mehr Restriktionen oder Vorgaben rechnen oder du bist eben dein Job los. Das ist relativ klar hier, weil es klar ist, welche Produkte gemacht werden und das ist alles überprüfbar. Jetzt gibt es aber andere Arten von Unternehmen, keine Aktiengesellschaften, sondern ich sage mal gemeinnützige Organisationen. Es gibt so ein Zwischending, das nenne ich jetzt mal WG-Wohnungsgesellschaften. Man kennt ja diese großen Wohnungsgesellschaften, Vonovia etc. die haben als Kunden die Mieter. Und das ist wieder ein Problem hier, die Wohnungsgesellschaften. Das ist ein Zwischending zwischen den Gemeinnützigen, die gleich kommen und diesen Aktiengesellschaften. Das können auch Aktiengesellschaften sein, aber sie haben eine andere Struktur, denn sie haben Mieter als Kunden. Und wenn diese Kunden nicht zufrieden sind mit diesem Produkt, können sie einfach sagen, ich kaufe das nicht mehr. Die Mieter haben ein größeres Problem. Oft ist der Wohnungsmarkt relativ knapp, es gibt nicht genügend Angebote und diese Wohnungsgesellschaften sind teilweise so groß, dass es kaum Alternativen gibt. Das trifft auf manche Technologieunternehmen tatsächlich auch zu, wobei es da immer noch Alternativen gibt. Man kann auch mal ohne solch ein Produkt auskommen. Beim Wohnen wird es schwierig, ohne solch ein Produkt auszukommen, denn man möchte wohnen und ein Dach über dem Kopf. Das ist ein essentielles Menschenbedürfnis, ein Grundrecht, das man eigentlich haben sollte. Und das wird hier quasi fair in eine Art Kapitalgesellschaft reingequetscht und dadurch passt das oft nicht mehr zusammen, dieses Grundrecht auf Wohnen mit diesen finanziellen Interessen der Wohnungsgesellschaften. Und hier gibt es jetzt ein Problem, die Mieter können nicht einfach sagen, das, was du machst, gefällt mir nicht, ich kaufe dein Produkt nicht mehr, denn die brauchen diesen Wohnraum, dieser Wohnraum ist knapp. Und wenn diese Wohnungsgesellschaften zu groß werden, dann werden sie too big to feel. Dann können sie ihren Mieterinteressen nicht mehr individuell nachgehen, sondern pauschalisieren alles, tun quasi Regeln über alles drüber. Und die Mieter, die eigentlich menschliche Bedürfnisse haben und gerade auch im Sinne wohnen, sehr individuell auch sind und sich einrichten, sich bewegen, sich unterhalten. Diese Menschen, die eigentlich, eine Wohnung ist ein Ausdruck der Persönlichkeit. Und dieser Ausdruck der Persönlichkeit ist vielfältig. Und wenn hier Regeln drüber gemacht werden, dann wird diese Vielfalt quasi untergraben und klein gemacht und unterdrückt. Und das gibt sehr große Probleme, weil diese Menschen keine Alternativen oft haben. Also hier gibt es auch das Problem too big to feel. Und jetzt kommen eigentlich die richtig problematischen Bereiche. Das sind einmal die Pflege und Krankenhäuser und zum anderen Schule und Erziehung. Hier hat man quasi Patienten. Als Kunden, sage ich mal. Und hier sind es noch viel elementarer und wichtiger sogar die Kinder. Und es gibt jetzt, natürlich haben wir hier auch eine hierarchische Struktur drin und bei der Pflege und den Krankenhäusern gibt es genau so ein Problem wie bei den Wohnungsgesellschaften. Und das ist noch viel elementarer, weil diese Menschen sind hilfsbedürftig. Die sind auf das extremst angewiesen, was hier an Dienstleistungen geboten wird. Und wenn das alles mit Regeln, wenn die Menschlichkeit hier verloren geht, wenn hier too big to feel stattfindet, und das passiert oft, weil diese ganzen Krankenhäuser oft auch Wirtschaftsunternehmen sind und gewinnorientiert arbeiten. Und wer gewinnorientiert arbeitet, ist in diesem kapitalistischen System dazu gezwungen, die Menschlichkeit über Bord zu werfen. Und selbst wenn diese Menschen, die Mitarbeiter hier drin, hier sind natürlich überall auch Mitarbeiter, Mitarbeiter, Mitarbeiter. Wenn diese Mitarbeiter dieses Menschliche bewahren wollen, dann müssen sie gegen Windmühlen ankämpfen in diesem System. Dann müssen sie wirklich eine starke Leidenschaft und einen Idealismus an den Tag legen, um trotzdem das von innen heraus quasi doch anders zu machen, als das System von außen quasi vorschreibt oder durch Druck vorschreibt. Oft ist es so, dass am Anfang das noch funktioniert, aber je länger man dann in diesen Bereichen arbeitet, merkt man, dass es zu viel Energie raubt. Und dann lässt man sich da reinfallen in diese Struktur und wird selbst zur Maschine quasi zu einem verlängerten Arm dieser kapitalistischen Struktur. Und darunter leiden Patienten, Kinder, Mieter und bei den Aktienunternehmen die Mitarbeiter. Natürlich hier auch die Mitarbeiter. Aber hier ist es noch viel elementarer, weil hier vulnerable Gruppen, vor allem hier und hier, in Mitleidenschaft gezogen werden. Und das Problem ist jetzt bei Pflege, dass es wie gesagt gewinnorientierte Unternehmen sind, die nicht mehr nach den Menschen gucken, die nur gucken, dass sie genug Häuser haben, genug Kunden, genug Gewinn orientieren. Da ist keine Zeit für kranke Menschen. Kranke Menschen brauchen nicht nur dieses, ich bringe jetzt was zu essen, du hast ein Bett, du wirst im Notfall jetzt operiert oder an irgendwelche Maschinen angeschlossen. Ein genauso wichtiger Teil, Minimum 50 Prozent ist dieses menschliche Zuneigung, dass jemand sich um sie kümmert, ihnen zuhört, eine Beziehung zu ihnen aufbaut, dass sie sich ernst genommen wertgeschätzt fühlen. Das hat viel mit der Gesundung zu tun und das bleibt auf der Strecke. Und oft bleibt auch das Technische auf der Strecke. Also allein die Medizin bleibt sogar auf der Strecke. Denn je größer das hier wird, desto gewinnorientierter wird gearbeitet und eventuell werden medizinische Dinge, die notwendig sind, entweder nicht mehr gemacht, falsch gemacht, weil Zeitdruck besteht, Übernächtigung langer Arbeitszeiten oder es werden zu viele Dinge gemacht, weil die besser abgerechnet werden können. Es werden also Dinge gemacht, die den Patienten gar nicht dienen. Das hat alles dieses System verschuldet im Endeffekt. Und jetzt kommen wir hier zu Schule und Erziehung. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, Denn, ich sag mal so, Einfluss auf die Kinder haben hier die Lehrer, die Erzieher und natürlich das soziale Umfeld der Kinder, in welchem Sozialraum, in welchem Sozialraum sie wohnen. Das ist auch ein Faktor, den ich aber jetzt hier nicht direkt beleuchte. Und natürlich, ganz wichtig, die Eltern. Und Kinder sind ganz individuelle Wesen, die einfach eine Vielfalt brauchen, wovon sie sich abschauen können, welche Teile von welchem Vorbild sie sich rauspicken und dann in ihre eigene Persönlichkeit integrieren. Sie probieren viel aus. Sie brauchen eine Vielfalt. Wenn jetzt Schule und Erziehung zu groß wird, wenn von oben Kultusministerium oder von gemeinnützigen Organisationen an sich, von Trägern, sage ich mal, gerade bei Kitas und auch teilweise in Schulen, zu viel Vorgaben gemacht werden, weil sie zu groß sind, zu vielfältig in ihrem Angebot geworden sind und dann irgendwie versuchen müssen, hier oben, die Führungsetagen, müssen irgendwie versuchen, sich zu erklären, was eigentlich das Konzept sein soll, wie gearbeitet werden soll. Und je größer das ist, desto weniger individuell kann das da unten funktionieren, desto mehr Vorgaben werden versucht, hier nach unten weiterzugeben. Das Problem ist aber, das Kind braucht Menschen und Mitarbeiter, die ohne Druck arbeiten, die wirklich ihrer Persönlichkeit authentisch vorleben, die den Kindern wertschätzend begegnen, die auch einen Zugang haben und empathisch sind, die fühlen und sehen, was das Kind braucht und was es nicht braucht, was ihm vielleicht schadet. Und wenn Druck von oben gemacht wird, wie in diesen Wirtschaftsunternehmen, dann verschließt sich hier der Bereich und der Zugang zu den Kindern leitet, weil diese Menschen nur nach oben schauen und gucken, machen sie denn alles richtig? Und das schadet den Kindern ganz, ganz enorm. Die Eltern haben viele Möglichkeiten, die Erziehung so zu gestalten, wie sie das für richtig halten. Allerdings ist es heutzutage in unserer Gesellschaft so, dass die Eltern oft hier arbeiten. Die sind in diesem Unternehmen und die müssen arbeiten. Die können nicht dauernd für ihre Kinder da sein und mindestens 50 Prozent der Zeit, wenn nicht noch mehr, sind die Kinder hier in Schule und in Kita, also sind quasi mit Lehrern, Erziehern in Kontakt und anderen Menschen, die sie sozialisieren. Und deswegen ist es so wichtig, dass diese Unternehmen, diese Bereiche, diesem Personal, diesen Freiraum geben, mit den Kindern authentisch arbeiten zu können. Das funktioniert aber nicht, wenn hier Druck gemacht wird. Das ist eine Art Paradoxie, denn die institutionalisierte Pädagogik hat ein Problem. Denn sie ist aufgebaut oft wie ein Unternehmen. Sie sind zwar nicht gewinnorientiert, aber sie haben trotzdem einen Ruf zu verteidigen und müssen sich erklären. Hierdurch muss hier oben ein Konzept vorgelegt werden. Wenn diese Unternehmen jetzt nicht nur ein Produkt, also jetzt nicht, ein Träger hat jetzt nicht nur Kitas, sondern auch eine mobile Arbeit oder eine Jugendarbeit oder wird in Schulen eingesetzt, dann haben die eine Vielfalt an verschiedenen Kunden oder Kindern in verschiedensten Situationen, in verschiedensten Sozialräumen, in verschiedensten Strukturen. Und hierdurch wird die Wichtigkeit der Mitarbeiter, der Vielfalt der Mitarbeiter noch höher. Und man muss das alles unter einen Hut bringen. Einerseits ist es eine Institution, die sich nach außen hin irgendwie präsentieren muss. Andererseits muss sie hier sehr viel Freiraum geben, damit die Kinder dementsprechend auch diesen Freiraum weiter als Modell vorgelebt bekommen, damit sie sich frei im freien Geiste, mit ihrem freien Geist frei entwickeln können und sich Dinge aussuchen können. Und das ist das Problem. Und das meine ich mit too big to feel. Und was wichtig ist, ist, dass man hier, gerade in diesen zwei Bereichen, hier muss die Gewinnorientierung raus, meiner Meinung nach, und hier muss sehr stark diskutiert werden. Hier muss geredet werden, hier muss sich ausgetauscht werden. Hier muss versucht werden, diese Paradoxie aufzulösen, indem man miteinander redet, indem man sich gegenseitig ernst nimmt und indem man immer den Blick, egal was hier oben einem Mitarbeiter eventuell blüht, wenn er gewisse Vorgaben nicht, oder sich hier dann nicht erklären kann, oder was hier passiert, wenn man den Regeln nicht folgt, es muss immer das Kind im Mittelpunkt stehen. Und das hier oben, diese Spiränzchen, die dürfen gerne geklärt werden, aber bitte mit gegenseitigem Verständnis und immer mit Blick auf das Kind. Und in unserer häuslichen Struktur ist immer mehr Druck vorhanden, immer mehr fühlen sich diese Menschen unter Druck gesetzt, irgendwelchen Vorgaben zu entsprechen, wo sie fühlen, dass das dem Kind nicht gut tut oder dem Patienten. Und bei den Patienten, die werden irgendwann wieder gesund, die sind oft erwachsen, Natürlich gibt es auch kranke Kinder, aber erwachsene, ältere Menschen haben öfter hier Probleme. Die sind auch vulnerabel und die kommen da vielleicht noch raus. Die haben vielleicht auch noch eine Familie, die jederzeit hier eingreifen könnte. Bei den Kindern, wenn die Eltern weg sind, da ist es noch viel wichtiger, dass diese Struktur hier funktioniert, dass sich hier wertschätzend begegnet wird, dass hier miteinander geredet wird, weil sonst leiden die Kinder und die Kinder sind die, die später unsere Gesellschaft gestalten. Und wenn diese Kinder einen vorgefertigten Rahmen mitbekommen, wenn Druck von hier nach hier und von hier an die Kinder weitergegeben wird, dann werden diese Kinder zu Erwachsenen, die keine Vielfalt leben, die keine Ideen haben, wie Dinge anders laufen können, dann werden es Kinder, die genau diesen Druck später als Erwachsene wieder in den Führungspositionen oder als Mitarbeiter oder als Politiker, die die ganze Struktur da aufrechterhalten und nicht ändern wollen, weitergeben. Und dann haben wir ein Problem, denn das hat sich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten enorm verstärkt. Der Druck ist stärker geworden. Und wenn wir Veränderung wollen, wenn wir freigeistige Wesen wollen, die auch Empathie empfinden, die in ihrer Kindheit gespürt haben, dass sie jemand wertschätzt und ernst nimmt, dann müssen wir das als Vorbild, als Modelle vorleben. Und das geht nur, wenn hier auch eine Wertschätzung gegenseitig passiert oder wenn auch hier eine Wertschätzung von der Führung zu den Mitarbeitern passiert und wenn diese Strukturen im Endeffekt aufgeweicht werden. Hier kann viel geredet werden. Hier müssen erstmal die festen Strukturen aufgeweicht werden. Hier zum Teil auch, aber nicht so stark wie hier. Hier hat man noch eine Chance und diese Chance müssen wir ergreifen, weil hier ist es höchste Eisenbahn. Denn es gibt sicherlich Ausnahmen, es gibt sicherlich hier und da Mitarbeiter, die es schaffen, trotzdem sich dem nicht zu entziehen, aber die es schaffen, trotzdem gewissenhaft noch so zu arbeiten, wie sie das idealistisch gesehen möchten und wie sie das gedacht haben, als sie diesen Job begonnen haben und da nicht abstumpfen. Aber das sind bei weitem nicht alle und das System macht es diesen Menschen nicht einfacher, sondern schwerer. Und deswegen müssen wir schauen, dass dieses too big to feel eben ja ein Satz wird, der in Zukunft eben nicht mehr zutrifft. Mehr kleiner werden, nicht größer. Versuchen, diesen menschlichen Aspekt mehr mit einzubinden und nicht immer unwichtiger werden zu lassen. Unsere Gesellschaft, gerade auch mit der Digitalisierung, geht gerade in die Richtung, dass das Menschliche immer unwichtiger wird. Es wird immer maschineller. Wir haben immer mehr Distanz. Und diese Distanz führt auch dazu, dass diese menschlichen Bedürfnisse gar nicht mehr gespürt werden. Und dadurch haben wir wirklich dieses große Problem und da sind wir alle gefordert, dagegen anzuarbeiten, konstruktiv, nicht zu kämpfen, sondern konstruktiv dagegen anzuarbeiten und dem eigenen Gewissen zu folgen und zu sagen, nein, ich habe ein Gespür dafür, warum ich das tue und diese kleinen Lichtblicke in allen vielen Bereichen, die sind es, die von innen heraus auch etwas verändern und dann dazu führen, dass von unten nach oben sich das dann weiterführt und irgendwann hier auch eine strukturelle Veränderung stattfindet. Soviel dazu und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.